Hallo liebe Leute, jetzt eine neue Runde Zombies mit dem Haule. Wir spielen nämlich leider zu viele Runden Ding versagt haben. Ja, vor allem zusammen. Die einen habe ich dann noch alleine cool, aber ja, super. Zu viele Runden Survival Games versagt haben, so rum, wollte ich sagen. War eigentlich auch die... Obwohl, das machen sie bei mir gar nicht. Klack 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 klack. Oh man, ich bin kein Zombie diesmal. Let's lassay. Ich bin auch kein Zombie. Tom2000 Simply lui Mann. Simpletombie Mann. Ok, hier sind nirgendwoche, das heißt wir haben hier... Boots.. Ich hab schon zwei Köpfe. Niceee. Jetzt würde ich auch drauf schießen. Das Gute ist, man kann hier einfach immer Sachen aufnehmen, ach komm lass mich da hoch. Man kann einfach Sachen aufnehmen. Na, ich geh lieber davor zum Kämpfen, dann krieg mal ein bisschen mehr, bisschen mehr bam bam. Junge, du hast bei mir keine Rüstung grad angehabt. Hab ich ja nicht. Hab sie ausgezogen. Junge, der eine schisst hier einfach voll durch. Ja, du hast hier eine Rüstung ausgezogen, echt ja? Eigentlich bist du bescheuert. Komm her, stirb. Ah, liegen hier viele Sachen rum. Echt so? Stirb. Die mir hab ich ziemlich easy, find ich. Ja, ja, abartig. Du Arsch, ist mit dem Ding schon gesagt jetzt? Mit? GTA? Äh, ne, hab ich nicht gesagt, genau. Habe ich jetzt drei, vier Mal angesprochen. Und zwar geht es darum, ähm, wegen der GTA-Aufnahmen. Äh, ich kann momentan nichts aufnehmen. Also ich kann schon aufnehmen, sieht man ja. Aber ich kann GTA nicht aufnehmen, weil ich keine Mission finde. Das ist aber ein Speicherfehler wohl. Ähm, was dann dazu führt, dass ich eben, dass die bereits gespielten, ähm, Missionen nicht angezeigt... Nein, ich bin runtergefallen. Scheiße. Alter, ich hätte auch gerade nur einen Hit gebraucht und ich wäre runtergefallen. Ja, dass auf jeden Fall die momentan gespielten, ähm, Missionen nicht gezählt werden. Und deshalb auch keine neuen gefunden werden. Ja. Ja, das ist ein bisschen kacke natürlich. Ich hätte auch den heilen können, wieso wüsste ich nicht, dass der... Oh, Mann, da war ein TNT-Druck-Buller, den ich hab's nicht gesehen. Hä? Ja, wahrscheinlich von mir sogar. Weiß ich nicht, von wem die war. Mag sein. Junge. Du leckst bei mir das Todes einfach. Ne, ich ranne bloß, tauch schon um dich rum. Ah, ich ranne eh mal dagegen. Nein, wir haben uns einfach geschafft. Komm, das kann nicht sein, dass ich es gewinne. Ich hab kein Leben mehr. Philipp, du hast bei mir echt keine Dinge, gell? Ich meine, du hast keine Rüstung an. Nimm mal kurz, hast du bei mir keine Rüstung an. Sogar rechts. Äh, nicht? Okay. Was spielst du für eine Version? 1, 8, 8. Okay, da dürft ihr eigentlich nicht mehr auftreten. Alter, wir gewinnen das Spiel sogar, gell? Ja, ich merk's schon. Ich weiß gar nicht, was auf einmal los war, weil ich... Plötzlich, zack, hat sich alles gedreht. Auf einmal, waren die alle überall drin. Ja, ich hab den Netschen gemacht. BAM! Pau, 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 Pau. Ich bin mir gleich noch in der Runde, weil wir haben erst 3 Minuten jetzt gebraucht. Schau uns gleich wo an der Schnee. Ijo, mach's grad. Dann brauch ich keinen Cut reinlegen, obwohl... Achso, das ist ja, was ich tue, ich sage. Ja. Jo, scho, 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 scho. Schnell, na. Da sind Leute drin, hier sind über so wenig Leute drin. Grave Town, da ist ein paar Leute drin, zumindest ah, nicht viele. Na doch. Ups. Zum Starten reicht's. Ich finde, das da vorne ist egal gemacht. Mit den Zombies, die hin und her laufen. Wenn man auf den Knopf drückt... Nein, ich packe es aber nicht in der Zeit. Jetzt will ich es einmal noch zeigen, aber ich weiß ja eh jeder, wie das eigentlich aussieht hier. Die Map kenne ich jetzt aber auch nicht. Ah doch, die kenne ich. Hab gedacht. Haaah. Ey, ey, die kenne ich von früher noch. Ja, die ist in der alte, ja. Da gibt es auch irgendwo noch eine Kiste auf der Map. Ja, ich bin Schanker bei der Kiste. Was kann man da machen? Nix, das war früher. Früher gab es auch nur die Kisten. So, jetzt brauch ich erstmal einen Zombie oder irgendwas. Ich bin ein Zombie. Du bist ein Zombie. Gut, dass da einfach ein Wille, der schon nicht bestützt dasteht. Ja, ich hab's gerade bemerkt. Lol. Was? Da ist zu wenige Zombies gibt, wurdest du nun zum Zombie. Willst du mich verarschen? Ja, ich hab gleich mal ein Ding wirklich checkt. Ja, nee, da ist zu wenige Zombies gibt, wurde ich zum Zombie. Ja, wahrscheinlich, wenn einer rausgeflogen ist. Ja. Das ist gut. Das ist auch scheiße. Egal, dann racken wir das mal kurz, eben easy. Alter, das ist ja voll langweilig. Ja, das ist irgendwie gerade ein bisschen kacke. Hier bei mir. So, wo sind... Da muss man immer so weit rennen, bis man Leute findet. Nein, töte mich. Oh, Mann. Jetzt wollte ich den gerade töten, Mann. Mann, ey. Das ist ja voll scheiße, ey. Kann man da auch von hinten rumrein? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich hab den. Warte, der hat da ganz hinten, da vor dem großen Gebäude. Ich weiß nicht. Warte, der wurde schon verwandelt. Aber ich hab ein Ding bekommen. Bo. No, ich bin nur eine einzige Trugbar auf der ganzen Welt und ich ran random einfach drauf. Ich ran random einfach drauf. Kommt man da hoch? Ja, da kommt man hoch. Das heißt... Ah, ne, man kommt aber glaube ich nicht ganz drauf, oder? Doch, kommt man. Ne, kommt man nicht. Ich bin zu blöd dafür. Kommt man wahrscheinlich schon, aber ich bin zu dumm. Ah, da ist noch ein Villager. Ich weiß. Ich weiß, dass da noch hoch kann. Und dass da oben noch Villager nochmal gibt. Hier irgendwo gibt es noch Villager. Ah, die sind schon. Okay. Dann gibt es ja doch keine Villager mehr. Ich suche gerade nochmal Leute. Ah, da hinten. Ja, ich bin glaube ich da getötet worden. Ja, ich hab... Endlich bin ich tot. Ich hab noch ein halbes Herz gehabt. Jetzt hab ich mal... Regeneriert mal nicht mehr. Hm? Ne, man regeneriert nicht. Oh. Als Zombie nicht. Wusste ich gar nicht. So, wo ist denn da? Da hinten waren gerade Villager, wo ich hingerannt bin. Hier. Ja, das sind auch Villager. Oh, jetzt hab ich dem einen gerade zurückgegeben. Und dann kommt so ein anderer Villager. Ähm, ja. Nein. Jetzt wirklich nicht, Mama. Die muss immer reinkommen. Weißt du, dann klopft sie. Dann sagt man nein. Und sie kommt trotzdem rein. Na, das werd ich nie verstehen. Ich den Typ einfach nicht sehen kann wirklich. Also ich kann ihn schon sehen, aber ich hitte ihn einfach übel schlecht. Kann es sein, dass die Zombies genervt wurden. Dass sie nicht mehr so viele Schaden verteilen. Beziehungsweise die anderen echt mega die Rüstung haben. Von Philipp Kran, der du Mist geburt. Das war mein Kill, Alter. Ich hab noch eineinhalb Herzen wegen dem. Musste ich mich noch übelst durchfighten. Versteck mir wenigstens den Kill. Komm, Bettner mach mich das auch noch. Ja, noch ein bisschen. Durchmachs für dich. Wieder einen Kill vorbereitet für dich. Danke. Kein Problem. Wieder, du Lusche. Wenn du da einen hinbekommst, man. Ey, das ist ja voll die easy Runde. Aber irgendwie finden wir zwei Villager eine Menge. Ich hab den gerade vergiftet, den Typ. Der müsste jetzt eigentlich easy zu machen sein. Ja, aber... Was sind die anderen? Keine Ahnung. Der richtige Villager. Na, es ist noch zwei Villager leben. Ich komm jetzt im Pferdchen. Und guck mal, wo dies ist. Da. Da. Komm her. Ich bin gerade irgendwo auf dem Berghof, weil da ein Kreuz ist. Nein, fucking hell. Da ist es nicht, die nächsten. Nehmen wir halt schönes Pferdchen. Und rennen. Tududududududududu So wo ist der letzte jetzt? Keine Ahnung Da war gerade eben auf jeden Fall einer Ah ok das ist jetzt da oben Das ist ja nicht mehr Es gibt noch einen Ja hier Wo? Wie kommt man da rein? Nein da kommt man nicht rein Wo denn? Hier. Hier, bei mir! Ja, hier direkt hier! Oh, das ist der Bildschirm, genau weißt du was? Ja, hier halt! Ja, hier halt, Mama! Da auf meiner Tastatur. Siehst du das? Ja. We-weiß was da ist? Ja. Um was? Ein stinkige Finger. Hä? Na, der sieht jetzt zu gut raus. Auf gleich eine neue Runde nochmal. Ne, kein Bock mehr jetzt auf dich? Doch, weil dann haben wir nicht das Ding voll. Die 10 Minuten, äh, die 15 Minuten ungefähr. Ne, das reicht doch. Das reicht, meinsch? Ja, auf jeden Fall. Ok, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, kommt's geht, tschüss!